Herzlich Willkommen zu unserem Tutorial für den Team-Chat MetaMost. Wir starten auch hier wieder auf unserer Webseite digital-verein.berlin, gehen oben rechts auf Angebote und wählen den Team-Chat aus. Hier scrollen wir nach unten und geben in die Maske unsere Daten ein. Alle mit Sternchen versehene Informationen sind zwingend notwendig, den Rest könnt ihr aber gerne auch eintragen. Nachdem ihr euren Verein nun registriert habt, müsst ihr euch noch als Einzelpersonen registrieren. Dafür geht ihr auf den Link chat.digital-verein.berlin und gebt dort eure E-Mail-Adresse, einen Nutzernamen eurer Wahl, am besten einen mit dem man euch auch findet und ein Passwort ein. Dann bekommt ihr per Mail eine Aufforderung zur Bestätigung. Dort bestätigt ihr euren Account und schon könnt ihr MetaMost nutzen. Wir von digital-verein stellen euch dann einen Vereinskanal zur Verfügung, den ihr als Admin selbst leiten, eigene Unterkanäle und die Mitglieder verwalten könnt. Wie genau das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Hier haben wir den Fußballverein. Das ist unser Testverein, um euch zu zeigen, wie ihr MetaMost nutzen könnt. Hier oben links auf dem Plus könnt ihr dann für euren Vereinskanal Unterkanäle erstellen. Dann kommt ihr in diese Maske. Hier oben könnt ihr Öffentlich und Privat auswählen. Privat heißt in diesem Falle, dass nur ihr spezifisch bestimmen könnt, wer beitreten kann. Öffentlich würde bedeuten, dass alle in eurem Vereinskanal beitreten können. Das heißt nicht, dass jeder auf der Welt, der MetaMost benutzt, beitreten kann. Hier könnt ihr eurem Kanal einen Namen geben. Da empfiehlt es sich etwas zu nehmen, wie beispielsweise Vorstandssitzung. Und dann fügt ihr unten den Zweck und eine Überschrift optional hinzu. Und unten rechts auf Kanal erstellen und habt nun einen eigenen Kanal. Hier wird euch bereits angeboten, neue Mitglieder hinzuzufügen. Die Schaltfläche klickt ihr an und sucht nach bei MetaMost registrierten Mitgliedern eures Vereins. Diese fügt ihr dann mit einem Klick auf die Schaltfläche hinzufügen hinzu. Und schon sind eure Mitglieder in eurem Unterkanal. Direkt im Unterkanal könnt ihr hier unten eure Nachrichten schreiben. Die wird dann von allen gelesen, die sich im Unterkanal befinden. Wenn ihr direkt einer Person privat eine Nachricht schreiben wollt, klickt ihr hier links bei Direktnachrichten auf das Plus und gebt auch dort oben den Account-Namen der anderen Person ein. Nun seid ihr in einem privaten Chat mit dieser Person, den nur ihr und die andere private Person lesen können. MetaMost bietet einige Vorteile. Zum einen ist es DSGVO-konform. Es genügt also den hohen Datenschutzstandards in Deutschland. Zudem ist es für euch als Verein kostenlos, da digital vereint die Lizenzgebühren zur Bereitstellung übernimmt. Und ihr könnt es auch problemlos als App fürs Smartphone herunterladen. Dazu gibt es im App Store und auch im Play Store die jeweilige Anwendung MetaMost. Ich hoffe dieses Tutorial unterstützt dich bei der Nutzung unserer digitalen Angebote. Wenn du noch weitere Fragen hast, kontaktiere uns gerne unter kontakt.digital-vereint.berlin. Da können wir dir auch per Mail noch weiterhelfen. Aber in diesem Bereich hat ihr auch bei der Nutzung der Nutzung der Nutzung der Nutzung der Nutzung der Nutzung die Nutzung der Nutzung der Nutzung erläuert.